Hallo, in dem Video möchte ich euch heute zeigen, wie man sich aus so einer Zitrone selber einen Zitronenbaum ziehen kann. Das ist im Prinzip ganz einfach. Man sollte so zwei bis drei Sachen beachten. Das werde ich hier im Video erklären. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es geht. Ich habe mich entschieden, hier eine Bio-Zitrone zu nehmen. Für den Fall, dass mein Baum irgendwann mal Früchte tragen soll, möchte ich, dass das auch alles Bio ist und nicht irgendwie eine gespritzte oder genetisch veränderte Sorte. Von daher halt die Bio-Zitrone. Und ja, um erstmal an die Kerne zu kommen, müssen wir die Zitrone erstmal aufschneiden. Dabei müssen wir natürlich aufpassen, oder sollten möglichst aufpassen, dass wir die Kernen nicht verletzen. Hier kann man schon sehen, ein Kern kommt jetzt hier schon fast raus. Den nehme ich mir gleich schon mal. Und die anderen Kerne werde ich jetzt aus der Zitrone rausholen. Um an die Zitronenkerne zu kommen, quetsche ich die Zitrone nun aus. Das mache ich vorsichtig, damit ich die Kerne nicht beschädige. Und nach und nach feine jetzt schon die einzelnen Kerne hier raus. So. Das sollte genügen. Und das Ganze mache ich mit der anderen Zitronenscheibe dann auch noch. Hier seht ihr jetzt meine Ausbeute. Ich habe vier Zitronenkerne gewonnen, die ich auch benutzen kann. Das heißt, der Kern ist unbeschädigt und ganz. Und bevor ich den Kern einpflanze, habe ich die jetzt ein bis zwei Tage lang auf der Fenstermank trocknen lassen. Und sie auch vorher gut mit Wasser abgespült, dass das Fruchtfleisch von der Zitrone ab ist, damit der Kern nachher nicht schimmelt. Und jetzt kann ich die Kerne auch einpflanzen. Und da zeige ich euch jetzt, wie es geht. Ich habe jetzt hier zwei kleine Behälter vorbereitet mit Blumenerde. Und da gebe ich jetzt meine Kerne rein. Nehme mir einfach so einen Kern, drücke den ein bisschen runter. Und bedecke den dann mit Erde, tupfe das leicht an. Und den anderen Kern setze ich etwas daneben. Ich lasse ein bisschen Platz, damit die sich nicht in die Quere kommen. So. Hier habe ich das schon eingepflanzt. Das heißt, es sind jetzt beide Behälter mit den Kernen gefüllt. Was bei Zitronen wichtig ist, die brauchen viel Wasser und auch Feuchtigkeit. Und ja, ich habe mir dafür hier so einen Behälter genommen. Das ist einfach, man kann sagen, Mini-Anzuchthäuschen. Und hier ist halt gegeben, dass es feucht ist und auch warm. Also ich muss einen warmen Platz finden. Vielleicht irgendwo auf der Fensterbank. Jetzt nicht mit direkter Sonneneinstrahlung erstmal. Und dann werden auch die Zitronenkerne recht schnell keimen. Das geht in der Regel in zwei bis drei Wochen. Das heißt, ich packe die hier rein. Die Erde hatte ich vorher schon angefeuchtet. Das ist halt auch wichtig. Wenn es nicht feucht genug ist, wird es auch nicht keimen. Dann mache ich den Deckel drauf und suche jetzt halt ein warmes Plätzchen, wo sich hier so ein richtiges Biotop drin entwickeln kann. Und wie gesagt, dann werden auch die Zitronenkerne recht schnell keimen. Ja, die beste Zeitpunkt zum Aussehen der Zitronenkerne ist im Frühjahr. Das heißt, ihr könnt dann davon ausgehen, dass ihr im Mai schon eine fertige Pflanze habt. Ein kleines Zitronenbäumchen, das ihr dann auch schon gerne rausstellen könnt. Und so ein Zitronenbaum braucht viel Sonne und auch viel Wasser. Und ich zeige euch jetzt mal einige Pflanzen, die ich schon vor ein oder zwei Jahren selber gesät habe. Hier seht ihr einen Zitronenbaum, der jetzt circa sechs Monate alt ist. Das ist meine jüngste Pflanze. Der ist, ja, so groß wie ihr ihn sehen könnt, gewachsen innerhalb von sechs Monaten. Hat auch so nach zwei bis drei Wochen gekeimt. Und mit viel Wasser und auch viel Sonne wird er ungefähr so groß sein nach einem halben Jahr. Jetzt habe ich eine Pflanze, die ist genau ein Jahr alt. Die ist ungefähr doppelt so groß wie die halbjährige, wie ihr sehen könnt. Hat auch viel Wasser und viel Sonne gebraucht. Und meine größte Pflanze, die ist zwei Jahre alt. Die zeige ich euch jetzt. Muss ich die Kamera mal ein bisschen anheben. Der Baum ist also schon deutlich größer. Wie gesagt, die Pflanze braucht viel Wasser, viel Sonne. Und dann wird sie auch schön gedeihen und schön wachsen. Und, ja, bis sie Früchte trägt, kann wohl acht bis zehn Jahre dauern. Vielleicht wird sie auch nie Früchte tragen, weil das eine wilde Zitrone ist, die halt nicht veredelt ist. Von daher muss man das ausprobieren. Dazu ist diese Pflanze aber noch zu jung. Ja, wenn euch das Video geholfen hat und auch gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Ansonsten abonniert mich gerne und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin.